Hallo, mein Name ist Markus Weger. Ich bin Autor und Referent für Fotografie und Gestaltung. Heute geht es um Illustrator und zwar möchte ich zeigen, wie man mit Hilfe des Ausrichtens am Punkt genauer konstruieren kann. Wenn euch das Video gefällt, freue ich mich, wenn ihr es mit einem Like belohnt. Ich möchte zunächst mal hier eine japanische Flagge erstellen. Ich habe hier schon das Richtig-Werkzeug ausgewählt und erstelle durch Maustaste drücken und ziehen ein Richtig, das die Basis der Flagge definieren soll, erstellen soll. Und ich möchte nun einen Kreis darüber legen, den ich hier von der Mitte ausgehend beginne. Das geht im Moment allerdings nicht. Wenn ich versuche, hier dran zu ziehen, bewege ich das Element. Das ist so, wenn der Begrenzungsrahmen eingeblendet ist, dann kann ich die Mitte hier nicht nutzen, ebenso wenig wie die Ankerpunkte an den Ecken, um ein anderes Element daran auszurichten. Aus diesem Grund ist der Begrenzungsrahmen bei mir meistens ausgeblendet. Um ihn auszublenden, gehe ich ins Menü Ansicht und wähle hier, das muss ich jetzt kurz suchen, weil normalerweise mache ich das mit diesem Tastaturkürzel, Command-Shift-B bei mir hier am Mac. Das wäre Strg-Shift-B unter Windows bzw. auf einer englischen oder Schweizer Tastatur, Ctrl-Shift-B. Ich mache nun den Wechsel zum Ellipsen-Werkzeug, reiße hier mal die Paletten, die hier miteinander gruppiert sind, ab. Indem ich den Mauszeiger hier ganz am Rand bewege, an dieser Stelle die Maus loslasse und damit habe ich die Werkzeuge als freischwebende Palette. Mache den Wechsel zum Ellipsen-Werkzeug, bewege den Mauszeiger in die Mitte. Sofern die intelligenten Hilfslinien aktiv sind, also eingeblendet sind, wird mir die Mitte hier auch angezeigt. Und ich kann jetzt nun bei gedruckter Alt und gedruckter Shift-Taste einen Kreis aufziehen. Durch Drucken der Alt-Taste wird der Kreis nicht beginnen von der Stelle, wo ich losgezogen bin, in zwei Richtungen. Sondern von da ausgehend in alle vier Richtungen erstellt. Das heißt, der Punkt, an dem ich gestartet bin, an dem ich losgezogen habe, ist am Ende der Mittelpunkt des neuen Objekts. Shift-Taste bewirkt, dass die Proportionen gleich sind. Ohne Shift würde das so aussehen. Damit eine japanische Flagge daraus wird, muss ich nur mehr die Farbe auf Rot ändern und die Konturfarbe als Konturfarbe verwende ich ohne. Das wäre mal das erste Beispiel dazu. Ich lösche das wieder weg. Als nächstes, als zweites, möchte ich eine österreichische Flagge erstellen. Rot-Weiß-Rot. Damit die Elemente exakt aneinander ausrichten kann, empfiehlt es sich, dass im Menü Ansicht an Punktausrichten aktiviert ist. Das ist bei mir praktisch immer der Fall. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mal einen Fall hatte, wo ich das ausblenden musste. Ich beginne damit, den ersten Balken zu erstellen. Und da ich vorher Rot verwendet habe, ist der jetzt auch Rot. Ich mache den Wechsel zum schwarzen Pfeil, zum Auswahlwerkzeug und bewege den Mauszeiger zum Anker. Da die intelligenten Hilfslinien aktiviert sind, wird mir angezeigt, dass sich der Mauszeiger jetzt exakt über dem Anker befindet. Ich habe ja auch noch ein zweites Signal. Wenn ich hier weggehe, dann sehe ich unterhalb des Mauszeigers, rechts unten vom Mauszeiger, ein kleines Richtig. Und wenn ich hierher gehe, ändert sich das und es wird ein noch kleineres Quadrat. Und wenn ich dieses Quadrat sehe, heißt das eben auch, dass sich der Mauszeiger exakt über dem Ankerpunkt befindet. Bei gedrückter Alt-Taste ziehe ich nun dieses Element vertikal nach unten. Und wenn jetzt der Mauszeiger auf Weiß wechselt, weiß ich, dass ich den Ankerpunkt, den ich ziehe, exakt unten bündig am ersten Objekt ausgerichtet habe. Es gibt keine Möglichkeit, exakter zu zeichnen. Und zwar sind die intelligenten Hilfslinien, die man hier vorher gesehen hat, für so einfache Grafiken wie das auch eine effiziente Möglichkeit und auch ausreichend genau. Aber es gibt dann bei vielen komplexeren Konstruktionen zu wenig Genauigkeit. Die größte Genauigkeit erzielt man immer, wenn man so weit als möglich Anker auf Anker platziert, positioniert. Ich könnte das jetzt noch ein weiteres Mal nach unten schieben. Ich kann stattdessen allerdings auch Command-D eingeben. Das wäre Steuerung D unter Windows. Der Befehl ist im Menü Objekt zu finden. Transformieren. Erneut transformieren. Damit wird einfach die letzte Transformieren-Aktion wiederholt. Unter Transformieren versteht Adobe Drehen, Neigen, Spiegeln, Verschieben und Skalieren. Das sind die fünf Transformieren-Aktionen, die auch hier in diesem Dialog zu finden sind. Also diese hier. Und wenn man erneut transformieren wählt, wird eben die letzte Transformierung oder Transformation wiederholt. Den mittleren Balken ändere ich auf weiß. Was soll hier rot? Weil es rot werden. Und zuletzt möchte ich jetzt noch eine Kontur rundum haben. Das geht nur, indem ich ein neues Objekt um alle Elemente herum stelle. Ich kann nicht diese Elemente auswählen und sagen, ich möchte bei diesem Balken hier oben rechts, links und oben eine Kontur haben und unten keine. Sondern die Kontur würde immer nur rundherum gehen und wenn ich eben die Objekte einzeln, auch wenn es eine Gruppe wäre, eine Kontur versehen würde, dann hätte ich hier dazwischen jeweils auch eine. Wenn ich das nicht möchte, muss ich eben ein neues Objekt erstellen. Damit beginne ich hier links oben, Maustaste drücken, ziehen bis zum Ankerpunkt rechts unten. Die Farbe ist im Moment weiß. Das ändere ich auf keine Farbe. Trick dazu. Bei mir ist die Fläche im Vordergrund. Wenn ich hier mal drauf zeige, dann zeigt mir dieser Tooltip, diese Information, die eingeblendet wird. Das ist ohne Farbe. Und hinten in Klammer sehe ich den Tastaturkürzel dafür. Das ist die Raute. Das heißt, wenn ich jetzt Raute drücke, dann wird die Farbe auf ohne Farbe geändert. Durch drücken der Taste X, das wäre, wenn ich hier nochmal draufgehe, Kontur aktivieren. Auch hier sieht man hinten in Klammern eine Buchstabe, das ist das X. Und wenn ich das so mache, dann habe ich jetzt eben die Kontur im Vordergrund. Was mir in diesem Fall allerdings jetzt nicht so viel bringt, weil ich möchte die Kontur ohnehin über die Steuerungspalette hier einfärben und wähle dann hier schwarz. Ich höre die Kontur noch relativ kräftig, weil ich als nächstes noch etwas zeigen möchte. Die Kontur geht standardmäßig immer nach außen zur Hälfte und zur Hälfte nach innen. Das heißt, dadurch, dass ich jetzt eine Kontur vergeben habe, sind die beiden Balken oben und unten etwas flacher geworden als der Balken in der Mitte. Es gäbe zwei Möglichkeiten, das zu beheben. Die eine Möglichkeit ist die, dass ich hier in der Steuerungspalette auf Kontur klicke oder die Palette Kontur über das Menü Fenster öffne. Und dann könnte ich hier definieren, dass ich die Kontur außen ausgerichtet habe. Das möchte ich in diesem Fall aber nicht. Ich möchte anders vorgehen. Ich lasse Kontur in beide Richtungen und ändere stattdessen die Anordnung, gehe also ins Menü Objekt, anordnen, schrittweise und ganz in den Hintergrund. Dasselbe Befehl lässt sich alternativ auch über einen Richtklick, mit einem Richtklick ausführen. Nun soll die Fahne noch einen Viren-Effekt bekommen. Dazu wähle ich mit Command-A alle vier Elemente aus und gehe ins Menü Effekte und hier rein auf Verkrümmungsfilter und Flagge. Und wenn ich hier die Vorschau aktiviere, dann sehe ich, das ist noch nicht ganz, was ich haben möchte. Das unterschiedlich große Element im Hintergrund wird anders verzerrt wie die drei gleich hohen Balken hier. Damit alle Elemente gleichmäßig verzerrt werden, muss ich sie miteinander gruppieren. Ich gehe also hier nochmal raus, wähle im Menü Objekt, gruppieren oder Command-G, Steigung-G unter Windows und kann anschließend dann nochmal in diesen Dialog hineingehen. Verkrümmungsfilter, Flagge, Vorschau aktivieren, reduziere den Wert hier etwas und ende auch diese Werte hier, damit das Ganze etwas mehr Tiefe bekommt. Ich kann das anschließend mit OK bestätigen. Möchte man diesen Effekt später nochmal bearbeiten, das ist ein Effekt, der über den Objekten liegt, man sieht an der Auswahl hier, die Elemente sind im Grunde genommen noch genauso wie ursprünglich. Sie tun nur so, als wenn sie diese Form hätten. Das liegt daran, dass ich eben hier einen Aussehen-Effekt darüber gelegt habe. Ja, hier zeigt es einen Fehler. Ich kann hier zwischen Ebenen und Aussehen umschalten. Das ändert sich hier allerdings nichts. Ich ziehe die Aussehenspalette hier mal raus und dann sieht das Ganze richtiger aus. Ich habe hier eben eine Gruppe, auf die ich diesen Verkrümmen-Effekt angewendet habe. Und wenn ich die Einstellung verändern möchte, dann darf ich nicht nochmal ins Menü Effekt hineingehen und hier denselben Filter nochmal auswählen. Dann würde er gedoppelt. Ich bekomme auch diese Information. Um den Filter zu bearbeiten, klicke ich hier auf diesen Link oder klicke hier und kann nun nachträglich die Einstellung nochmal nach Belieben verändern, bestätige das mit OK. Ich könnte auch zu jedem späteren Zeitpunkt hingehen und diesen Effekt, wenn ich ihn nicht mehr haben möchte, löschen, indem ich ihn auf den Papierkorb ziehe, was ich in diesem Fall allerdings nicht machen möchte. Ich gehe in diesem Fall davon aus, dass ich noch eine zweite Flagge mit den identischen Einstellungen erstellen möchte. Deshalb dupliziere ich zunächst mal bei gerückter Alltaste diese eine Flagge hier nach rechts hinüber und möchte jetzt die erste bearbeiten. Daraus möchte ich eine deutsche Fahne machen. Doppelklick auf eines der Elemente führt mich in den Isolierungsmodus. Den Isolierungsmodus erkenne ich daran, dass hier unterhalb oder am oberen Ende des Fensters dieser graue Balken erscheint. Wenn ich noch einmal klicke, dann habe ich dieses erste Element hier ausgewählt und kann die Farbe ändern. Ende in diesem Fall auf schwarz. Dann aktiviere ich das zweite Element per Klick. Ich kann auch einen Doppelklick ausführen. Was dann passiert, ist das. Das Element wird noch einmal aus der Gruppe heraus isoliert. Es wird so dargestellt, wie es ursprünglich war oder wie es ohne Effekt wäre. Ich könnte es hier bearbeiten und sobald ich hier aus diesem Isolierungsmodus zurückgehe, in die nächste höhere Stufe, springt das wieder zurück und nimmt den Effekt wieder an. Dann, wie es hier noch einmal ausgewählt, ändere die Farbe in diesem Fall auf Rot und aktiviere zuletzt noch den letzten Balken und hier nun die Farbe Gold. Und per Doppelklick im leeren Bereich kann ich den Isolierungsmodus verlassen. Der graue Balken verschwindet wieder und ich habe hier jetzt wieder alle Elemente zur Auswahl. Das ist auch ein Unterschied am Isolierungsmodus, wenn ich bei einer Gruppe einen Doppelklick ausführe oder auch bei einem einzelnen Element. Und der Isolierungsmodus wäre gestartet, dann sind alle Elemente für diesen Moment gesperrt mit einem Grund, weshalb es Isolierungsmodus heißen wird, weil eben diese Elemente hier isoliert sind. Doppelklick wieder in den leeren Bereich, um aus dem Isolierungsmodus herauszukommen. Was ich nun noch machen möchte, ist die Farbe der Kontur zu ändern, nicht weil es dann schöner aussieht, sondern einfach nur zu zeigen, wie das geht. Der Isolierungsmodus führt mich in diesem Fall nicht zum Ziel, weil ich kann zwar jeweils hier die oberen Elemente auswählen, ich kann aber nicht die Elemente, die darunter liegen, auswählen. In InDesign könnte ich bei gedruckter Command-Taste klicken und dadurch ein Element, das darunter liegt, aktivieren, aber hier in InDesign funktioniert das nicht. Gehe also per Doppelklick hier raus, aktiviere einfach nochmal einmal die Gruppe und öffne in der Palette die Ebenen, hier übrigens dasselbe Fehler wie vorher, kann die Ebene aufklappen, sehe hier jeweils die Gruppe, ich sehe, dass es diese Gruppe ist, an dieser Vorschau hier, kann auch das wieder aufklappen und hier ganz unten in der Palette, was sich in der Palette eben dann weiter unten befindet, befindet sich in der Grafik weiter hinten. Ich möchte dieses Element hier auswählen und dazu kann ich hier auf diesen Punkt klicken. Damit ist dieses Objekt ausgewählt und jetzt kann ich hier ebenfalls die Farbe ändern. Ich wähle ein dunkles Grau und kann anschließend dann wieder in den Lernbereich hinein klicken, um hier aus der Auswahl wieder herauszugehen. Damit wäre ich auch mit diesem Workshop, mit diesem Beispiel fertig. Ich hoffe, er hat euch gefallen, hilft auch mit Illustrator besser umgehen zu können. Wenn er euch gefällt, belumpen mich bitte mit einem Like. Ich freue mich, wenn ihr den Workshop teilt und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, bitte gern den Kanal abonnieren. Ich verbleibe bis zum nächsten Mal. Markus Weger để salirtein. Nachbargesetz. Ich geh. Wiraco. Wir�데 sind Nograph. Wir machen jetzt da. Wir müssen nachТак. Versagen. Wirklich. Wir machen wirınt애 Tara.